so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die piranha attack von leslie mit diesen fireworks with a bite brand perfekt eine kleine batterie aus dem fräsmann also wirklich klein guckt euch die an die liegt gerade so in meiner hand und meine hand ist eigentlich auch relativ klein also von daher hat 47 gramm deswegen nicht viel zu erwarten aber gerade zum warmschießen ist sie einfach top hat so heuler und leuchtkometen und wir gucken noch mal kurz rein so sieht das süße teil aus ok wieder angeklebt wie man von leslie kennt und jetzt geht es raus zur zündung von der süßen klein piranha attack und leslie so leute die piranha attack gerade erste runde an silvester schön warm zünden das ist bei mir warm zünden gucken ob die romantisch wird da geht dem pyro wirklich das herz auf bei so einer süßen kleinen batterie wenn ihr die sieht nehmt die mal mit richtig schön